Hallo Leute, auch diese Folge von Sträter Bender-Streberg wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und mit 8700 Servern in 91 Ländern und 38 Millionen zufriedenen Kunden der meist empfohlene VPN auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse nicht nur, sondern verschlüsselt deine Daten und leitet deinen ganzen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Aber mal abgesehen von einem sicheren Internetzugang ist CyberGhost VPN einfach auch der Schlüssel zu internationalen Streaming-Anbietern wie Hulu, HBO Max oder Peacock. Also alles Anbieter, zu denen wir aus Deutschland heraus gar keinen Zugang haben. Konkretes Beispiel. Kürzlich hatte ich es für ungefähr zwei Wochen lang mit einem offenen Hotel-WLAN zu tun. Dass das nicht sicher ist, brauche ich keinem von euch erzählen. Aber dank CyberGhost VPN konnte ich nicht nur sicher im Internet surfen, sondern auch meine Lieblings-Comedy-Serie Hacks weitergucken und die läuft zur Zeit leider nur auf HBO Max. Ist so. Übrigens, großartige Serie. CyberGhost VPN hat eine strikte No-Logs-Politik, bedeutet, eure ganzen Internetaktivitäten werden nicht aufgezeichnet. Apps gibt es für Windows, Macs, iOS, Android, Smart-TV, Spielkonsole, Linux und vieles mehr. Ein CyberGhost-Abo kann übrigens auf bis zu sieben Endgeräten gleichzeitig genutzt werden. Also ich nutze CyberGhost VPN wirklich jeden Tag. Und als Sträter-Bänder-Streeberg-Fans könnt ihr das jetzt auch. Ihr bekommt einen 84% Rabatt auf den Drei-Jahres-Plan. Das sind umgerechnet 1,94 pro Monat plus vier Monate gratis. Alles, was ihr dafür tun müsst, geht auf cyberghostvpn.com.sbs. Das ist cyberghostvpn.com.sbs. Oder folgt dem Link in den Shownotes. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und, was ich immer sehr wichtig finde, ein Live-Chat-Support auf Deutsch. Und jetzt viel Spaß mit Sträter-Bänder-Streeberg, der 99. Episode. Dieses Mal bei Sträter-Bänder-Streeberg. Bleibt das jetzt so hier im Hintergrund, die Musik da? Ja, das habe ich dir doch gesagt. Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Wir wohnen hier direkt gegenüber von einer Baustelle. Ja, muss man den Leuten doch erklären. Die denken, was ist denn da los? Kommt da jetzt gleich eine Abrissbirne hier durch das Blumenfeld hier? Schön hier. Aus welchem Film ist das? Heidi. Heidi. Und jetzt Streiter-Bänder-Streeberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hannes Bänder und Gerry Streberg. Herzlich willkommen zu Sträter-Bänder-Streeberg. Episode 99. Eine besondere Episode, denn wenn ihr das nicht nur hört, sondern seht, dann seht ihr, dass wir nicht im Studio sind. Warum sind wir nicht im Studio, Gerry Streberg? Aus terminlichen Gründen tatsächlich. Ja. Wir mussten Termine ein paar Mal verschieben, aus Gründen. Aus Gründen. Und dann gab es in dem Studio Konflikte, Terminkonflikte. Und da haben wir gesagt, nein, wir gehen mal back to the roots. Wir werden diesen Podcast nicht auslassen. Komme, was da wolle. Ganz klar. Von einem belegten Studio. Das Studio war belegt und zwar mit Wurst und Käse. Nein, das Studio war belegt und dann haben wir gesagt, gehen wir doch mal zurück ins Schee-Streeberg. Wir sind bei Gerry Streberg unter dem Dach. Bei ungefähr 42 Grad. Ja, finnische Sauna hier. Finnische Sauna. Wir machen gleich einen Aufguss. Gerry Streberg trägt keine Hose. Nein. Ja, tatsächlich. Er sitzt hier. Ich bin hier zu Hause. Mit Unterbuchse und er kann sitzen, wer will. Das ist quasi Homeoffice. Ganz genau. Adiletten, Socken, Unterhose. Aber Mütze auf. Aber Mütze auf. Weil es nicht warm genug ist. Ja, da hast du ja recht. Der andere große Unterschied, jetzt spiegelt das alles total, wenn du die Mütze abnimmst oder bist du eingeschmiert. Der andere große Unterschied ist natürlich, dass wir jemanden hier schmerzlich vermissen, nämlich Thorsten Streeter. Thorsten Streeter lässt sich entschuldigen. Er hat jemanden dafür, der ihn entschuldigt. Soweit ist er schon. Er ist krank. Er hat tatsächlich keine Stimme. Ja. Und hat auch Auftritte absagen müssen. Das ist dann doof. Und das ist doof. Und deswegen werden wir beide die ganze Zeit schreien wie Thorsten Streeter. Damit Thorsten wenigstens im Geiste dabei ist. Aber im Geiste ist er ja immer dabei. Ja, ja. Er ist wirklich so präsent. So präsent. Immanent. Dass er selbst, wenn er nicht da ist, ist er präsent. Ist er da. Ist er da. Das ist natürlich schade. Aber gute Besserung. An dieser Stelle. An dieser Stelle. Auch. Und von uns. Toi, toi, toi. Und toi, toi, toi. Aber wir reden sehr viel über Filme, die Thorsten sowieso nicht gesehen hat. Ja. Habe ich gesehen hier auf meiner Liste, die ich hier gemacht habe. Insofern kann Thorsten dir auch jetzt nicht aus Langeweile reinlabern. Oder irgendwelche Schabunzen oder irgendwelche komischen Gesichtsspiele, was er ja gerne macht. Er grimassiert ja dann doch gerne zwischendurch mal in die Kamera. Wie gesagt, für die Leute, die uns nur hören, ist das jetzt so ein bisschen obsolet. Die uns nur hören, werden sich aber, wie gesagt, wundern über den Sound manchmal im Hintergrund. Wir sind hier mitten in der Bochumer Innenstadt und hier ist eine Baustelle. Und hier wird auch gerade noch ein großes Musikfestival aufgebaut. Deswegen zwischendurch, wenn ihr ein Schlagzeug hört oder eine Gitarre wird gestimmt, eine E-Gitarre. Fangen wir heute schon an? Ich glaube ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich sage das jetzt einfach so. Ach so. Es ist einfach so präventiv. Ich glaube, ich glaube. Es ist doch so, wir leben doch in einem Zeitalter, wo man sich schon mal präventiv entschuldigt. Ja, ja, genau. Aber wir haben eine Menge gesehen. Einen Film, den ich nicht gesehen habe. Ach so, vielleicht sollten wir nochmal sagen, die Mystery Box, bevor jetzt alle auf die Mystery Box Auflösung warten vom letzten Mal. Das machen wir schön in Folge 100. Denn bei der Mystery Box davor haben wir sage und schreibe zehn Einsendungen gehabt. Bei dieser jetzt waren es an die 200. Also das ist doch ein großer Unterschied. Und ich muss das Ganze auch auswerten und aufschreiben. Und das ist eine Menge Arbeit, die ich sehr gerne mache. Aber ich habe gesagt, weil Thorsten jetzt auch nicht da ist, machen wir es dann doch beim nächsten Mal. Dann kann ich das auch in Ruhe machen. Denn es geht um ein tolles Thema. Denn wir haben euch ja gefragt, welche Fortsetzungen ihr euch wünscht von welchem Film und warum. Und darüber reden wir. Dann mal einfach in der 100. Folge. Ganz genau. Von der wir ansonsten noch gar nicht wissen, wie sie so wird. Nee, gar nicht. Haben wir gar nicht. Ja, aber du warst mit Thorsten in Bullet Train, den ich noch nicht gesehen habe. Bullet Train. Bullet Train mit Brad Pitt. Unter anderem. Unter anderem. Ja, aber er ist schon derjenige, der deswegen die Leute da reingehen. Genau. Was ist das denn für einen Film? Lohnt sich das? Das ist ja die große Frage. Im Moment lohnt es sich denn überhaupt ins Kino zu gehen? Natürlich bei dem Wetter, schön klimatisiert. Ja, aber du kannst auch Pech haben und dann ist ein Kino nicht klimatisiert und dann stehst du da mit deinem Talent. Was? Wo denn? Wo hast du das denn gehabt? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber nicht. Einfach mal sagen, weil mir das tatsächlich auch mal passiert ist. Aber ist egal. Auf jeden Fall. Ja, Bullet Train basiert auf einem japanischen Roman, glaube ich. Tatsächlich? Ja. Ha! Punkt. Der muss man nicht. Nein. Aber es ist, ja, also ich sag mal so, wer so diese Guy Ritchie Krimis oder beziehungsweise Guy Ritchie Filme mochte, der wird auch Bullet Train lieben. Es ist ein unheimlich schneller Film. Und, ähm. Du würdest erst mal, glaube ich, erst mal sagen, was ein Bullet Train überhaupt ist. Das sind diese japanischen, das Ganze spielt in Japan. Und Bullet Train, das sind halt diese Hochgeschwindigkeitszüge. Genau. Und, ähm, es, also die Handlung ist schnell erklärt. Es geht um einen Koffer, mal wieder. Es hätte auch um eine USB-Stick gehen können, aber da geht es jetzt um einen Koffer. Einen typischen. Ganz genau. Einen typischen McGuffin. Und alle, alle sind da hinterher und, äh, eine, eine ganze Killer-Horde, die unabhängig voneinander es alle auf Brad Pitt abgesehen haben. Und diesen Koffer transportieren soll. Genau. Abholen soll. Und, äh, ja, alle, alle sind hinter dem Gleichen her. Und, äh, der Film, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da komplett, das war jetzt mal wieder so ein Film, wo ich mal wirklich komplett ohne irgendwelche Erwartung reingegangen bin. Und wir sind sowas von überrascht worden. Wir haben so gelacht. Das war unglaublich. Also, die, äh, der ist unheimlich schnell getaktet, der Film. Ist ja, ist ja ganz klar. Let's train. Hat das ja auch zum Thema. Aber, ich finde das so toll, auch Brad Pitt zwischendurch mal wirklich in so lustigen Rollen zu sehen. Weil der hat echt komisches Talent, muss man einfach sagen. Und dann auch seine ganzen Co-Stars, also die Namen sind mir jetzt nicht alle präsent, aber man kennt sie alle. Da ist einer aus Atlanta. Dann, äh, ja, also, ähm, die Charaktere sind super und, und die optischen Einfälle sind super. Für mich ist das, hat das fast die gleiche Qualität erreicht wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Oh, das ist ja hohes Lob. Ja, also was die Kreativität angeht von, von Dings. Und, äh, es ist ein totaler, ja, wirklich Film, wo du dir, ähm, deine, deine ganze, alles vorne abgeben kannst und dich einfach nur beschallen lassen kannst für, für diese gewisse Zeit. Nicht vorne abgeben. Ja, so deinen Anspruch, verstehst du? Ach so. Ich möchte jetzt, was, es ist jetzt nicht, äh, ein Fremder im Zug oder, 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 äh, die Frau, die, ne, wie hieß der noch, der Hitchcock-Film, verstehst du? Es ist jetzt kein, ausgetüft, eine Dame verschwindet, es ist kein ausgetüfteter Thriller, es ist so ein Hau-Drauch-Film, aber das, ultra kreativ. Ist es ein No-Brainer? Ja, würde ich sagen, ja, ein absoluter No-Brainer. Ja, also, den, den guckst du dir an und, äh, bist total entzückt, dass du mit niedrigen Ansprüchen reingegangen bist und doch mehr gekriegt hast, als du erwartet hast. Ja, weil diese, diese Filme haben wir ja, ähm, jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr oft gehabt, ich sage nur Red Notice, ich sage, äh, auch, ähm, äh, wie hieß er, The Grey Man, den ich nicht zu Ende geguckt habe, muss ich sagen, auf Netflix, Ryan Gosling und, und Chris Evans und Anna der Ames, der neue Film der Russo-Brüder. Ähm, ich war dann einfach nicht mehr so interessiert, aber es ist dann doch immer was anderes, im Kino zu sitzen und sich dem einfach so hinzugeben, diesen Film dann ausgeliefert zu sein. Ja, aber, das ist es, das, äh, ich meine nicht nur, dass der Cast unheimlich gut ist, sondern, ähm, der ist unheimlich kreativ, der ist wirklich super, super lustig und die Einfälle da drin sind einfach unglaublich. Und, was ich noch toll fand, ist, äh, da sind super Cameo-Rollen, äh, gesetzt. Gastauftritte. Gastauftritte. Und die sind so speziell, dass, dass das jedes Mal, oh, damit habe ich aber nicht gerechnet. Also, ich weiß jetzt, du hast mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich den Film jetzt unbedingt im Kino sehen muss, aber vielleicht sehe ich ihn mir dann an, wenn er rauskommt, aber dass du, dass du, äh, dass du verwundert bist, dass Brad Pitt auch lustige Rollen spielen kann. Nein, nicht wirklich verwundert, ich freue mich einfach nur. Sag einfach nur, ihr, äh, Burn After Reading oder auch, äh, Snatch und so, diese Sachen, also der hat, äh, Brad Pitt, definitiv ein sehr komisches Talent auch. Also, im Grunde stimmt, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, es macht ja eigentlich fast mehr komische Rollen als, selbst in Once Upon a Time in, in Hollywood war er, war auch sehr komisch, ja. Ja, aber, aber hier, wo Bruce Lee mal eben die Fresse poliert hat, da musst du dir doch als, als Bruce Lee-Fan dein Herz geblutet haben. Naja, die Herz geblutet ist einfach im Schwachsinn, aber, äh, aber... Aufs Maul gekriegt hat, es war ja noch ein Schauspieler. Ja. Ja, aber da hast du dich doch ein bisschen aufgeregt. Ne, ich wusste ja, dass diese Szene kommt und die ist ja, die ist ja total, ähm, aus der Luft gegriffen. Also Bullet Train ist definitiv eine Empfehlung. Ja, wir hatten sehr viel Spaß gehabt, wir hatten sehr viel Spaß. Das ist sehr schön, ähm, bevor wir auf die anderen Sachen kommen, ähm, müssen wir mal drüber reden, es sind doch sehr, sehr, sehr viele, äh, berühmte Leute, es sind sehr, sehr viele Leute auch abgetreten in der letzten Zeit, äh. Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wirklich sagen und wir können jetzt natürlich nicht, nicht jeden erwähnen oder jene erwähnen, weil das ist natürlich, würde diesen Rahmen spenden. Wir sind ja auch kein Nachruf-Podcast, aber wir müssen doch mal über Wolfgang Petersen sprechen. Ja, natürlich. Lieber Gerry, Wolfgang Petersen, ähm, ich habe, als ich, äh, dann mal so die Filmografie von Wolfgang Petersen mir durchgeguckt habe, doch gesehen, dass ich ein paar Filme gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise gar nicht gesehen habe. Wir alle haben das Boot gesehen damals im Kino. Nee, ich habe das nie gesehen. Bitte? Ich habe bis heute nicht das Boot gesehen. Das war es von uns, vielen Dank, wir warten so lange, bis Gerry das Boot gesehen hat. Was, das Boot nicht im Kino gesehen? Nee, komischerweise, ich habe so viele Ausschnitte und so viel über diesen Film gesehen, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich hätte den gesehen. Das heißt, du hast auch die, die, die Fernsehserie nicht gesehen, die ja, aber als Bochumer war das doch Pflicht. Man musste doch, weil Grönemeyer mitgespielt hat und Ralf Richter und, 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 Clot-Olver, und Clot-Olver, und Clot-Olver-Rudolf und Martin May und, äh, Jan Wedder und Heinz Hönig und die alle Prochnow. Ich habe ihn nie in der vollen Länge gesehen. Ich habe ihn wirklich damals im Kino gesehen und, äh, weil es war natürlich ein großes Thema damals in den Medien. Und, ähm, äh, ich fand, fand das schon sehr beeindruckend. Das ist bestimmt ein großartiger Film. Das ist ein toller Film. Also du gerade als Fan von Filmen, die jetzt so mit Wasser zu tun haben. Ja. Was hat denn das Boot, kleine Quizfrage, was hat denn das Boot mit Indiana Jones zu tun? Die haben, äh, Petersen hat damals, beziehungsweise Spielberg hat sich damals das, äh, das Boot, also das Modell von dem Boot, äh, ausgeliehen für, äh, Raiders of the Lost Ark. Genau, für die Szene. Das Boot, das U-Boot, was man da sieht, ist das Boot aus. Aus das Boot. Das Boot, genau. Ja. Auf jeden Fall ein Film, der... Ich war auch in dem Boot schon. Ich war in dem Bavaria-Studio. Und, und, äh, also wie gesagt, also das ist, das ist einer von diesem Filmen auch jahrelang, äh, 2001. Habe ich nie gesehen. Bis vor kurzem. Und hat total Spaß gehabt. Darf ich mal kurz Cross-Promotion machen? Ich habe ja, äh, beziehungsweise wir, äh, arbeiten ja auch, äh, mit, äh, John Sinclair, also mit, mit der Marke John Sinclair zusammen, der John-Sinclair-Night-Talk, den ich ja, äh, moderieren darf. Und Gary steht hinter der Kamera, ist das Kamerakind. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Folge mit Martin May, der, äh, in das Boot mitgespielt hat. Das war seine erste Rolle, seine erste Filmrolle. Und in dieser Episode John-Sinclair-Night-Talk mit Martin, redet er auch lang über das Boot. Also vielleicht verlinken wir das auch, schaut euch das einfach an. Martin May ist einfach auch ein super Typ. Mit dem lieben Martin May. Ja, und dann war natürlich, dadurch, dass Wolfgang Petersen das Boot gemacht hat, vorher war er Fernsehregisseur. Was hat er denn gemacht als Fernsehregisseur? Ich meine, er hat natürlich vieles gemacht, aber wofür ist er? Die Reifeprüfung, Tatort. Mit der halbnackten Nastasja Kinski. Mit Nastasja Kinski. Ich kann mich dran erinnern, ich muss es... Ein Skandal! Es war ein Skandal damals. Es muss ja, ich muss es ja wirklich gesehen haben, live, als es ausgestrahlt worden ist. Weil es ist ja meines Wissens auch nicht wiederholt worden. Wir hatten keinen Videorekorder. Es gab keine Mediathek. Ich habe das damals gesehen. Ich habe den auch live gesehen. Mit Christian Quattflieg und Chris Wildbold. Damals hat man sich aber auch immer zum Tatort wirklich versammelt. Ja, natürlich. Also das war ein fester Termin, den man hatte. Sonntagsabends. Tatortzeit. Ja. Viertel neun, wie man in Süddeutschland sagt. Also Viertel nach acht. Tatort. Und das hat Wolfgang Petersen gedreht, die Reifeprüfung. Ein Tatort, der Aufsehen erregt hat. Natürlich wegen Nastasja Kinski, weil sie da... Naja, auch wegen dem Thema. Das Thema war ja wirklich, also ein Lehrer fängt was mit einer Schülerin an und... Das war nicht ohne, ja. Das war nicht ohne und das hat Nastasja Kinski komplett nach vorne gepusht als Schauspielerin. Und Wolfgang Petersen, ja, also den hat man dann... Hat der danach dann direkt das Boot gedreht? Nee, nee, der hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber das Boot war dann sein erster großer, richtig großer Film, der ja natürlich auch international... Der war auch von Oscar. Ja, ich glaube, er war sogar auch von Oscar nominiert. Und er hat natürlich auch Wellen geschlagen. Das Boot hat Wellen geschlagen. Und dann kam Amerika und sagte, klopf, klopf, Herr Petersen, na wollen Sie nicht mal. Und der nächste Film von Wolfgang Petersen war dann... Never Ending Story. Die unendliche Geschichte, die Verfilmung von Michael Ende, eine deutsch-amerikanische Co-Produktion mit sehr vielen amerikanischen Schauspielern, was Michael Ende dann nicht gefallen hat, natürlich. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt überlegt, dass John K. Rowling da doch bestanden hat drauf, dass ihre Harry Potter Romane ausschließlich mit britischen Schauspielern besetzt werden, da kann man schon merken, da hat sie als Autorin eine ganz andere Ansage gehabt als jetzt Michael Ende oder auch Lothar-Günther Buchheim, der ja auch die Verfilmung vom Boot jetzt nicht so toll fand. Aber es ist ja dann alles relativiert worden durch die Fernsehserie, die dann noch länger war. Ich weiß, dass ich den Film mochte. Ich habe mich auch gefreut. Es war auch damals, ist das ja, also du hast ja Making-ofs ohne Ende gesehen. Von Unendliche Geschichte. Von Unendliche Geschichte und Klaus Dolding hat, glaube ich, auch die Musik wieder gemacht, einen wunderschönen Score. Ganz toll, habe ich auf Vinyl, so genau. Ja, ich auch, tatsächlich. Und ja, aber ich weiß gar nicht, war der eigentlich internationalen Erfolg? Ja, er wurde ja dann in Amerika und im englischsprachigen Raum dann nochmal veröffentlicht mit der Titelmusik von Limal und Giorgio Moroder, die wir alle kennen, die ja nachher dann in Stranger Things nochmal reanimiert worden ist. Die war in der deutschen Version nicht vorhanden, das wissen die wenigsten. Der kam später dann raus. Ich glaube, das war so ein Achtungserfolg. Ich möchte da nochmal auf das wunderbare Buch Lifetime Full of Fantasy von dem lieben Sasan Niyazeri hinweisen, was wir hier schon mal vorgestellt haben. Dort beschreibt Sasan auch die Geschichte der unendlichen Geschichte des Films. Wie gesagt, Michael Ende fand das gar nicht so gut, fand dann aber den zweiten Teil gut. Den zweiten Teil tatsächlich? Ja, es gab einen zweiten Teil zur unendlichen Geschichte. Naja, ich glaube, es gibt sogar mehr. Ja, aber der zweite Teil da sagte Ende, ja, so stelle ich mir das vor. Okay. Also, aber wenn man überlegt, dass damals, wann war das, 82, 83, die, ich glaube, 84 kam heraus, die technischen Mittel natürlich noch gar nicht so möglich waren und natürlich der Fuchur, der Drache, all so ein bisschen dodgy aussah, so ein bisschen handgemacht. Aber für die damalige Zeit war das schon sehr, sehr gut und man hat ja auch dann das erste Mal das Gefühl gehabt, Hollywood kommt wirklich so nach Deutschland, weil der ist ja komplett, ist der nicht komplett in Deutschland gedreht worden? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. In den Bavaria Studios. Aber ich habe das Buch einfach sehr, sehr, sehr geliebt und ich habe das, die unendliche Geschichte auch nochmal als Theaterstück gesehen, letztes Jahr in Bochum, hier als Weihnachtstheaterstück und das war ganz toll gelöst auch. Das war sehr, sehr fantasievoll und Fuchur hatte, das war dann ein Schauspieler, der hatte so, ach, das waren so, glaube ich, der lief mit weißen Ballons durch die Gegend, die hinter ihm her, das fand alles in deinem Kopf statt und das ist natürlich immer so das Problem, natürlich auch bei Harry Potter und dann kommen wir dann auch irgendwann zu Game of Thrones wieder, dass wenn so eine Fantasy-Sache visualisiert wird, das ist für viele, die das Buch lieben, dann schwierig. Genau, aber Pedersen hat auch Outbreak gemacht. Das kam später, aber danach kam die erste richtig, ich glaube, es war die erste, erste richtig amerikanische Produktion von Pedersen, das war dann Enemy Mine. Ach ja. Und das ist nämlich ein sehr unterschätztes Film mit Dennis Quaid. Und Lee Gossett-Judy. Und Louis Gossett-Judy. Louis Gossett-Judy. Ja, genau. Und das war, den habe ich nur einmal gesehen, aber ich fand den ziemlich klasse damals. Ja. Dass er eigentlich ein Kammerspiel ist. Ist ein Kammerspiel. Ja. Ja, ja. Ist so ein Science-Fiction-Kammerspiel irgendwie. Und ich glaube, dass da haben die Leute oder das Publikum, weil ich weiß, dass der nicht so erfolgreich war. Nein, nein. Und ich glaube, da haben die Leute einfach mit mehr gerechnet. Also gerade im Zuge von Star Wars und so, weißt du, da hat man ja immer mit irgendwelchen Science-Fiction-Opern gerechnet. Naja, aber wir reden jetzt so Mitte der 80er Jahre, 86 oder so, wann das war. Da war das Thema Science-Fiction nicht tot, aber es gab eigentlich nur die neuen Sachen, weil es war ja nur Star Trek. Ja. Und da, naja. Ich habe den aber auch gut in Erinnerung. Aber den würde ich tatsächlich gerne nochmal sehen. Danach kam Shattered, also auf Deutsch Tod im Spiegel. Auch gut. Auch super Thriller. Solide, solide. Doch, aber gut. Ja, ich kann mich noch an die Szene erinnern. Tom Berger. Tom Berger und Greta Scacci und Bob Hoskins. Und es gab eine Szene, wo, ich glaube, Tom Berger und Greta Scacci Liebe miteinander machten. Und es wurde über... Manche haben gepoppt. Ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber es wurde geknattert und es gab eine Überblendung auf einen Strand und die Wellen spülten an den Strand. Und da dachte ich schon damals so, uh, kann man das noch machen? Kann man dieses visuelle Vergleich noch bringen? Das sollte man vielleicht ein bisschen Geschichterlösen. Oh ja. Das ist so... Finde ich für dich in Ordnung. Naja, auf jeden Fall kam dann... Ja, was kam denn dann? Kam dann Outbreak? Nuh, da kam vorher noch was ganz anderes. Irr, 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 Irr. Irr, 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 Irr. Auch nicht? Nein. Was kam denn dann? In the Line of Fire. Mein lieber Shabby. Ah, mit Clint Sheeswood. Mit Clint Sheeswood und John Malkovich. Malkovich, 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 Malkovich. Und der war richtig klasse. Der war gut. Der war toll. Das war ein ganz toller Film. Mann, Mann, Mann. Ja, dann kam Outbreak. Und Outbreak war ein Riesenhit. War ein Riesenhit. Das weiß ich noch. Auch in Deutschland, der war ein Riesenhit. Und wäre jetzt auch gerade topaktuell. Absolut. Könnte man sicher mal sagen. Nein, ich weiß noch gar... Damals haben es dann alle gehabt. Als dann tatsächlich auch in Afrika irgendwo der Ebola-Virus ausgebrochen ist. Der hieß ja... Im Film hieß der ja anders. Aber es war im Grunde der Ebola-Virus. Ich glaube, es heißt auch Ebola. Ja, Ebola. Entschuldigung. Ich kann nicht... Ich ertrage es nicht, wenn einer... Das ist dem Virus scheißegal. Ja. Und... Ach, zu Recht. Auf jeden Fall hatten sie da alle... Ich weiß noch, dass der Michael Ballhaus, der hat ja damals die Kamera gemacht, dass sie ihn sogar interviewt haben. Herr Ballhaus, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Ebola-Virus oder der Ebola-Virus, wie Herr Hinesbinder sagen würde, ausbrechen würde? Ja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und hier nicht so eine Panik machen. Also es hat dem Michael Ballhaus, diesem wunderbaren Kameramann, dem Gentleman... Der Grand-Senior... Muss man wirklich sagen. Dieser ganze Hype, dem hat das überhaupt nicht gefallen. Aber der Film, der war sehr, sehr spannend. Mit Dustin Hoffman, Lee Gossett Jr. fällt mir gerade ein. Kevin Spacey war dabei. Kevin Spacey war dabei. Dustin Hoffman, hast du schon gesagt? Ja, was habe ich gesagt? Doch, doch, ich glaube, Dustin Hoffman. Ja, Dustin Hoffman, René Russo. Toller Action-Film, toller Film. Danach kam schon Air Force One. Ja, mit Harrison Ford. Harrison Ford, das kann mich noch an die Werbung erinnern. Harrison Ford ist der amerikanische Präsident. Und ich so, nein, er spielt ihn, aber er ist es nicht. Aber wir sollen schon genau sein. Und Gary Oldman als Antagonist. Das war ja so ein bisschen Die Hard im Flugzeug mit Harrison Ford. Als Präsident, ja. Hat funktioniert, war auch gut. Hat funktioniert, war gut. Kam dann schon Troja oder kam da noch was dazwischen? Das weiß ich nicht. Troja mit? Nein, ich glaube, da kam der Sturm. Da kam der Sturm. Der Sturm mit George Clooney und Metz. Den hat er auch gemacht. Den hat er auch gemacht. Ja, der Sturm. Wasser, ne? Boote, Wasser, Petersen. Weil der Sturm, auch ein ganz fantastischer Soundtrack von James Horner. Ganz, ganz toll. Und der Film ist, naja, ist kein Feelgood-Film. Nein, kann man nicht so sagen. Kann man nicht so sagen, aber es ist trotzdem ein unheimlich toll gemachter Film. Stimmt. Also es ist jetzt, ich habe jetzt auch gerade dieses Gefühl, Mensch, das hat er alles gemacht. Unglaublich. Das ist der Sturm, The Perfect Storm im Original. Dann kam schon Troja. Mhm. Den habe ich nie gesehen. Der einzige Film, in dem Brad Pitt nicht von Tobias Meister, sondern von Martin Kessler synchronisiert wird. Von unserer Station Voice, von unserer Stimme. Interessant. Ich glaube, das hat Martin auch erzählt in dem Interview, als wir bei ihm waren in Berlin. Das könnt ihr auch nochmal sehen. Das war, glaube ich, Petersen selbst, der gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass Tobias Meister das macht, sondern dass Martin Kessler das macht. Und ich glaube, Martin selber hat gesagt, ja, aber Tobias Meister ist die Stimme. Wenn die Leute jemand anders hören, sind sie so ein bisschen raus aus dem Thema. Ja, Troja war ein bisschen, ich sage mal, so überambitioniert. Natürlich, klar, diese griechische Sage und da gibt es nicht natürlich auf episches Gebiet, im wahrsten Sinne des Wortes. Was kam denn dann danach? Danach kam tatsächlich Poseidon. Das Poseidon-Entfernung, das Remake. Das Remake von Poseidon-Entfernung. The Poseidon-Adventure, wie ich sage es. Adventure. Genau, mit Leslie Nielsen als Kapitän. Das sollte man auch nie machen. Man sollte nie Leslie Nielsen als Steuer lassen. Weder am Flugzeug noch beim Ding. Ja, ich bin ein großer Fan von dem Original. Ja, das Original ist einer. Eugene Heckman. Und Shelley Winters. Shelley Winters. Ist einer der Katastrophenfilme. Filme, ja, ja, ja. Das war ja damals auch so ein Genre. Der Katastrophenfilm. Der Katastrophenfilm der Woche. Und danach kam, ich habe ihn nicht gesehen, das Remake von Peterson Poseidon. Das ist ja mit Kurt Russell. Ja, der ist in Ordnung, aber er kommt, ich finde, der hat nicht den Charme des Originals. Okay. Ja. Und dann, das ist, glaube ich, auch der letzte Film, den Peterson gemacht hat, ist Vier gegen die Bank. Ein Remake seines eigenen Films aus den 70er Jahren. Und das ist dann wieder ein Film, der ihm dann unterschließt sich dann doch so ein bisschen auch der Kreis für ihn, den er in Deutschland gedreht hat, mit Til Schweiger, Schweighöfer, Liefers und Budi Herwig. Das ist so eine Bank-Heist-Komödie. Genau. Hat nicht gesehen, leider. Ja. Ja. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall unser Mann in Hollywood. Was ist denn die Dokumentation, über die du reden willst? Die ich empfehle, die ich euch allen wirklich ans Herz legen möchte, für all diejenigen, die nicht so von selber darauf aufmerksam wurden, das ist die wunderbare Dokumentationsserie, die derzeit auf Disney Plus läuft, nämlich Industrial Light & Magic. Wo es wirklich nur um die Entstehungsgeschichte dieses, ja, um dieses wie Industrial Light & Magic, dieses Special Effect Workshop, Haus und so, wie das entstanden ist. Die Division, die George Lucas ins Leben riecht. Ganz genau. Also da geht es natürlich, natürlich geht es da ganz viel um Star Wars, aber es geht halt auch um andere Filme, weil Industrial Light & Magic ist ja auch so ein Wegbegleiter, der uns ja, diese Leute, die so hinter den Kulissen, denen wir uns gar nicht so bewusst sind, wie viele Leute da so hinter den Kulissen mit dabei waren, die uns ja wirklich damals so oft und auch bis heute so tolle Sachen präsentieren irgendwie und so viele Special Effects möglich machen, ob das jetzt Jurassic Park ist, ob das Star Wars ist, ob das Willow ist, ob das Young Sherlock Holmes ist, also die Terminator 2, die Liste ist endlos und dass das Tolle an dieser Dokumentationsserie... Ich glaube, sie ist nicht endlos, aber sie ist sehr lang. Sie ist ultra lang. Und das Tolle an dieser Dokumentationsserie ist halt einfach wirklich, wie das alles entstanden ist, weil auch das ist mal wieder ein Zufall von, ja, wo sich kreative Leute getroffen haben, mehr oder weniger durch Zufall. Und das, was da dann daraus entstanden ist, ist absolut super. Und das Tolle an dieser Dokumentation, das ist mir so mittendrin so aufgefallen, dass die zwar unheimlich viel, ich sag jetzt mal, gerade am Anfang wird natürlich sehr viel über Star Wars geredet, aber auch so überhaupt wie George Lucas angefangen hat, auch super interessant, super viele Interviews, wo er noch wirklich total jung war, noch Filmstudent teilweise. Wie kann man denn teilweise Filmstudent sein? Der Arm war Filmstudent. Ja, es war dann halt diese ganzen Abschnitte irgendwie, du siehst den jungen Francis Ford Coppola, du siehst diese ganze Gang. Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese, De Palma. De Palma gehörte auch dazu, ganz genau. Ganz genau. Und wie das entstanden ist und das Tolle finde ich, es kommt nicht ein Schauspieler zu Wort. Das fand ich total klasse. Es kommen wirklich nur die Leute zu Wort, die wirklich dabei waren und die dieses Industrial Light & Magic, diese Firma praktisch zu dem gemacht haben, was es ist. Also das, was es heute noch ist. Es ist eine mehrteilige Dokumentation oder ist es ein Film? Ich glaube, es sind vier Teile. Okay. Sehr, sehr geil. Das interessiert mich sehr. Sehr unheimlich produziert, beziehungsweise gemacht Regie für tatsächlich Lawrence Kastern und das ist ja... Nein. Echt? Ja. Himself? Yes. Oh. Nice. Yes. Yes. And the rest of this podcast is in English from now on. Yes, please, from now on. So, this documentary you can recommend. I can recommend it full heartly and it's very entertaining and spitze. Also, we had the summer and a lot of time, but we are very busy writing a new program. Thorsten is writing a book about whatever, we don't know this, you are busy. Wir haben jetzt nicht alles sehen können. Es kam wirklich sehr viel dann auch. Ja. Aber du hast Dayshift gesehen. Dayshift auf Netflix. Ja. Ja. Ja, das war ja natürlich... Das ist ja einfach. Das wird dir ja vieles dargereicht im Fernsehen. Und ich habe Dayshift gesehen. Aber auch da, wenn du entscheidest dich, okay, ich schaue mir jetzt nicht das Boot an, sondern Dayshift. Das stimmt. Na? Gut. Also, ich hatte an diesem Sonntag, hatte ich totalen Bock gehabt, wirklich so ein No-Brainer... Es war ein Sonntag. ...so ein No-Brainer zu sehen. Es gab ja damals schon vor Jahren diesen John Carpenter-Film Vampires mit James Wood als Vampirjäger in L.A. Kannst du dich daran noch erinnern? Der war... Also, ich fand den nicht so gut. Nein, das weiß ich nicht. Ich dachte jetzt, du redest gerade von Vampires in Brooklyn, aber das war ja Wes Craven. Das war... Und Eddie Murphy. Eddie Murphy. Nee, ich meine Vampires heißt ja mit James Wood, wo... James Woods. James Woods. Im Grunde ist es ja fast der gleiche Film, nur halt mit... Woods übrigens mit zwei O und D und S, nicht mit W-O-T-Z. Das wäre ja das Urmüll. Ja, das wäre der Urmüll, James Woods. Urmeli! Ja. Frau Wood. Und was mag ich jetzt zu diesem Film sagen? Er ist, ja, er ist unterhaltsam, aber es ist wieder so ein typischer Netflix-Film, der, ja, man kann sich angucken, man ist hinterher froh und dafür nicht ins Kino gegangen zu sein. Das ist eine Einschätzung für einen Film. Ja, das ist Kacke. Da bin ich der Erste, der das zugibt. Und ja, aber mehr ist es nicht. Es ist halt ein Film, wo alle Vampire so merkwürdigen Kampfstil gehabt haben, nämlich dieses... Kann ich gar nicht. Das sind alles Akrobaten. Alles Akrobaten. Ich habe kurz das Making-of gesehen, das sind alles Akrobaten, die ihre Körper unheimlich verbiegen können. Ja. Und das wird eingesetzt in dem Film. Das ist natürlich toll, ne? Naja, für die ersten fünf Minuten, aber dann irgendwie denkst du... Es gibt, auch wie jeder von diesen Netflix-Filmen, gibt es auch da gute Momente, aber sonst ist das wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Ja, es ist... Würde es das Bali-Kino noch geben, wäre das ein typischer Bali-Kino-Film. Ja, würdest du so ein Grindhouse-Dings geben, wäre es das. Und dann, als das wäre es dann auch in Ordnung. Okay. Aber du kannst jetzt nicht sagen, top, guckt euch den an, sondern, wie gesagt, man... Den kann man sich angucken. Ja, top, guckt euch den an, weil er ist für Umme und er ist sowieso bei Netflix. Nein, 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 er kostet Geld, du zahlst für Netflix, deswegen kostet dieser Film Geld. Macht nicht diesen Fehler, das machen viele, ja, ist doch umsonst. Nein, ihr zahlt dafür, ihr zahlt für Streaming-Dienste und ihr zahlt auch für Dayshift. So, und auf Netflix laufen auch andere Sachen. Ja, aber ich zahle auch für Better Call Saul und dann ist halt... Ja, ist auch nicht für Umme. Nee, Dayshift ist dann halt so, ja, den kriegst du noch mit dazu. Ja, aber es ist deine Lebenszeit, Gary. Und wir sind beide Mitte 50, Ende 50. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee. Und deswegen sag einfach... So, like this app. The like this app. Guckt euch Dayshift nicht an. Fertig. Wenn ihr was anderes machen könnt. Nein. Nein, guckt euch was anderes an. Wenn ihr... Zum Beispiel das Boot. Zum Beispiel das Boot. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil er wahrscheinlich nicht auf Netflix läuft. Apropos absoluter Unsinn, absoluter Quatsch. She-Hulk habe ich gesehen, die erste Folge. Ich auch. Okay, reden wir mal über She-Hulk. Ja, die erste Folge war ja wohl wirklich der Trailer, nur jetzt ein bisschen länger. Ja. Ja, und das ist ein Problem der Trailer-Geschichten, dass man, wie gesagt, unser lieber Freund Kai Crick... Kai Crick. Kai Crick. Kai Crick sagt, er guckt sich keine Trailer mehr an von Filmen oder Serien, von denen er weiß, dass er sich sowieso anguckt. Seine Disziplin hätte ich gerne. Und wir reden natürlich auch über diese Marvel-Müdigkeit, die wir haben und über die Superhelden-Müdigkeit und auch über die Fantasy-Müdigkeit, die wir natürlich haben, jetzt im Angesicht von House of Dragons und von Herr der Ringe. Fandst du She-Hulk... Fandst du den lustig? Ich fand das super lustig. Ich fand das super lustig. Was findest du daran lustig? Weil es die Umsetzung der Comics ist. Die Comics sind genau so. Ja gut, jetzt musst du aber davon ausgehen, dass die meisten Leute, wie ich zum Beispiel, ich bin die meisten Leute, dass die She-Hulk... Aus der Reihe, wir sind mal ganz überheblich, ich bin die meisten Leute. Gary Streberch. Ja, ich sehe mich schon so als Durchschnitt, muss ich sagen. Und ich habe halt, ich kenne She-Hulk nur aus höchstens mal ein Titelbild oder so von einem Comic, aber ich kenne die Inhaltliche überhaupt nicht. Das ist genau das, ist genau das, die vierte Wand wird gebrochen, auch in den Comics spricht sie immer mit den Lesern und es ist einfach eine lustige, ja was heißt, Selbstverarschung quasi auf Superhelden, selbstreferenziell natürlich. Brauchen wir das? Ne, auch da wieder, brauchen wir nicht, aber fuck, sie sieht total toll aus als She-Hulk. Erstmal ist die Schauspielerin, super. Ja, ich komme nicht sicher. Ich habe sehr, 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 also die ganzen Effekte und so, alleine wenn Hulk durch so und so, da sind wir wieder bei so technischen Sachen, wenn Hulk durch so ein Buch durchblättert, du denkst so, ah, wie haben die das gemacht, das finde ich so interessant, dass das dann auch noch gut aussieht. Auch da müssen wir natürlich jetzt erstmal warten, wie die Serie sich entwickelt, ob die Serie sich überhaupt entwickelt, das hatten wir auch bei Moon Knight und bei Miss Marvel, das fing unheimlich toll an und wurde dann eher so, ah, phaserig. Phaserig, genau, aber ich bin jetzt erstmal guter Dinge, was She-Hulk angeht, vor allen Dingen freue ich mich natürlich über alles, worüber sich so alte weiße Cis-Männer aufregen. Äh, ich habe wieder eine Frau, die Männer verkloppt und die besser ist als Männer. Ja, es ist nun mal so, Männer, wir müssen uns daran gewöhnen, Frauen sind die besseren Männer, es ist so. Die kriegen mehr auf die Kette und darum geht es ja auch in dieser Serie. Ja. Und so eine Folge ist 30 Minuten lang, muss man jetzt den ganzen Abend für mal auffahren. Okay. Ja, das ist jetzt nämlich der Unterschied zu sowas wie Dayshift oder wie The Grey Man. Weißt du, was mache ich an dem Abend? Und ich habe wirklich nach Red Notice gedacht so, okay, zwei Stunden meines Lebens sind jetzt weg. Ja. Wer gibt mir das wieder? Niemand. Ja, aber die Frage ist doch, Hennes. Gary. Die Frage ist doch, haben solche Filme denn, weil wir machen die immer so klein, aber haben die keine Daseinsberechtigung? Auch einfach mal so Berieselungsfilme? Wenn sie gut gemacht sind, habe ich damit kein Problem. Naja, du kannst jetzt nicht sagen, dass Red Notice nicht gut gemacht ist. Das kann ich sagen. Das ist ein doofer Film. Ein doofer Film, weil dir die Handlung, weil dir die Figuren nicht gefallen haben. Weil das ist ja dein Zugang. Wir wollen mal ganz ehrlich sein. Stuntmäßig und Actionmäßig, wir können die ja schon was. Aber das reicht halt nicht aus. Aber nichts, was ich nicht schon hundertmal gesehen habe. Erstmal das. Ich meine, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal der Fast and Furious Filme? Jetzt sag nicht, wir sind eine Familie, sondern es sind Autos durch Hochhäuser, Autos in Space, übertriebene Sachen und das haben sie da nicht geschafft. Und tut mir leid, die Chemie zwischen Ryan Reynolds, Dwayne Johnson und Gal Gadot habe ich jetzt nicht so empfunden. Nö, habe ich auch nicht. Das ist eben schade dann halt. Ja, aber ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die da total Spaß bei haben. Ja, aber es geht besser. Ich fand den jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand den jetzt auch nicht besonders gut. Ja, aber das reicht halt nicht. Ja, ich sehe das ja ein. Das reicht halt nicht. Wir haben einen solchen Pulk von Sachen, mit denen wir zugeschissen werden, medial. Ja, aber ist das nicht mit allen kreativen Sachen so, egal ob es Musik ist oder Filme oder Bücher? Es gibt Sachen, die herausstechen und dann gibt es Sachen, die, es gibt Romane, wo du denkst, oh Gott, oh Gott. Der Grund, warum diese Filme gemacht werden, so Filme wie Red Notice oder ich tue jetzt The Green Man auch mal einfach in den Topf oder Fast and Furious und auch sowas wie Cobra 11 ist... Was? Einschaltquote, Geld, wie viele Leute gehen da rein? Ja. Da geht es nicht um, da geht es auch um Qualität, natürlich. Absolut. Wenn die Fast and Furious Filme scheiße gewesen wären, wäre es keine Serie geworden. Sind wir auch mal ehrlich. Aber es ist irgendwann mal, ist es eine Franchise und irgendwann mal ist es eine Gelddruckmaschine und den Leuten ist es egal, was sie sehen. Und es ist so, weißt du, dann guck dir mal zwischendurch mal wieder so einen David-Lynch-Film an und dann siehst du, oh, vielleicht sollte ich doch mit meinem Leben was anderes machen, wenn meine Lebenszeit anders ist. Ich weiß nicht, also ich bin da so zwiegespalten, weil ich habe mich, ich freue mich auch auf den nächsten Fast and Furious, auch wenn mir der letzte gar nicht gefallen hat. So viel dazu, Prey. Wir reden über Prey. Also ich würde gerne über Prey reden, wenn Gary nicht gerade eingeschlafen wäre. Prey, das war eine Vorlage. Das war eine Vorlage. Du übernimmst, ich gebe dir was vor. Ja, ja, ich überlege, ich überlege, wie ich jetzt... Auf Disney plus... Ja. Prey, ein weiterer Predator-Film. Nicht Predator, wie wir ja früher immer gesagt haben. Früher haben wir ja immer Predator gesagt, aber es heißt Predator, weil der Begriff Predator im ersten Predator überhaupt nicht vorkommt. Nee, natürlich nicht. Kommt er überhaupt nicht irgendwo vor? Ich glaube, der kommt in keinem Film vor. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst. Aber wir haben das natürlich damals gelesen und gesagt, ja, Predator. Nee, Predator. Predator, ja. Ja, was heißt Predator? Das ist der Jäger. Der Jäger. Ja. Aber ist das nicht bezogen auf die Vierwelt? Ja, natürlich, ja. Oder ist der Mensch auch per se ein Predator? Der Mensch ist aber sowas von ein Predator. Ja, ja, natürlich. Aber wird der Begriff da in dem Zusammenhang auch benutzt? Es gibt ja Jäger und Sammler seit der Standzeit. Und unser Predator, von dem wir jetzt reden, oder unsere Präderatoren, das sind ja Jäger und Sammler. Das sind ja vor allen Dingen auch Sammler, beides. Ja, ja. Und das war jetzt ein Film, der, ja, was heißt lang erwartet, der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich wollte auch gerade sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass nochmal einer kommt. Ich meine, ich hätte das gehört, dass der Regisseur, der ja auch Ten Cloverfield Lane gemacht hat. Ten Cloverfield Lane war ja toll. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau, genau. Und der hat sich jetzt, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte wenig Erwartung, weil ich bin durch die ganzen letzten Predator-Filme herb enttäuscht worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch von dem von Shane Black, der ja im ersten Predator mitspielt. Ja, leider. Und ich bin ja ein großer Shane Black Fan. Shane Black ist ja... Shane, 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 Shane on you. Okay. Jetzt siehst du, da ist es jetzt im Geiste der Torsten. Das ist, wenn Sträter nicht da ist. Geistig ist er immer. Hängt er mir im Nacken. Im Nacken. Genau, also Shane Black, ja. Und genau so wie Thorsten bringst du mich auch total aus dem Konzept. Ja, also The Predator, oder wie er auf Deutsch hieß, Predator Upgrade, war ein Griff in die Tonne. Ganz genau. Da mache ich aber gar nicht so sehr Shane Black für verantwortlich, weil der Mann, der kann ja was. Der kann ja schreiben. Ich glaube, so Nice Guys ist gerade wieder bei Netflix. Also wer mal einen richtig schönen Shane Black Film sehen will, den er geschrieben hat und auch inszeniert hat. The Nice Guys mit Cameron Crowe, hätte ich beinahe gesagt. Mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Russell Crowe. Superfilm. Superfilm. Der wird auch vom Malzum mal gucken, wie der besser ist. Tatsächlich. Also der kann was, aber... Der kann was, genau. Und als ich damals gehört habe, dass der einen Predator Film macht, habe ich gedacht, ja, das passt perfekt. Nicht nur, weil er in dem ersten zufällig mitgespielt hat, sondern weil der Mann wirklich sowas inszenieren kann. Aber die ganzen Figuren, das war alles so... Ach, das war so... Nee. Also ich mochte den überhaupt nicht und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da ganz viel das Studio sich eingemischt hat, weil da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, denen so Shane Black mäßig tatsächlich, dass er so eine Kurve kriegt. Hat er aber nicht. Ja, gut. Will man machen. Will man machen. Von daher waren meine Erwartungen überhaupt nicht hoch. Fand aber die Prämisse, nämlich, dass ein Predator Film, dass das praktisch ein Prequel ist oder, ja, also das ist ein Predator Film, der jetzt in der Zeit der, ja, also in Amerika, in den frühesten Tagen Amerikas, beziehungsweise als Amerika noch gar nicht Amerika war, als es gerade so von den Europäern praktisch entdeckt wurde, spielt, fand ich super, super interessant. Ja, es geht vor allen Dingen um die amerikanischen Ureinwohner, die auch von amerikanischen Ureinwohnern gespielt werden. Ich habe den Film gesehen. Ich muss sagen, dass die Predator-Reihe, ich finde das so ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass es wirklich eine Franchise ist. Der erste Predator steht für sich, finde ich. Ja. Mit schwarzen Älger. Get to the top! If it bleeds, we can kill it. Ja, ja. Stick around, you're one ugly motherfucker. Der zweite Predator mit Danny Glover war ein Glücksgriff in L.A., tagsüber, ohne Wald, ohne Fahren. Danny Glover fand ich so ein bisschen nicht gut gecastet. Nee, er war nicht so richtig gut besetzt, aber trotzdem ist es... Aber trotzdem hat es funktioniert. Es hat funktioniert. Und dann kam ja, ist ja das Problem... Supermusik hatte der, supermusik. Weißt du noch den Komponisten? Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad man praktisch die Türen aufgemacht. Hallo? Da machen wir aber, da machen wir es draußen. Dann gab es erst die Comics. Die Comics vom The Dark Horse Verlag. Und die waren auch wirklich gut. Also die waren echt interessant gemacht. Und warum sind beide filmische Adaptionen Alien vs. Predator denn so kacke? Ja, also für mich war das schon mal, ja, ich glaube, das ist jetzt so ein Paradebeispiel dafür, dass man sich einbildet dass das Sachen sind, die tatsächlich zusammengehören. Aber man dann doch feststellt, wenn man es gemacht hat, nee, doch nicht. Und das ist so ein Paradebeispiel dafür. Zum Beispiel, was mir bei dem ersten Aliens vs. Predator überhaupt nicht gefiel, ist, dass man das Ganze in die Arktis verlagert hat. Weißt du, wo gerade im zweiten Teil von Predator erklärt wurde, dass der sich halt speziell solche heißen Orte oder so, wo halt wo die Nerven blank liegen sowieso schon, dass der sich halt sowas aussucht und nicht in der Arktis, wo gar nichts los ist. Aber es ging ja auch da um diese Aliens und ich finde, man hat halt einfach ja, das war eine Tür zu viel aufgemacht in diesem ganzen Alien-Universum auch. Also es hat dann doch nicht, man hat es sich gewünscht, auch ich, gebe ich ganz ehrlich zu, aber es hat dann doch nicht so funktioniert. Und auch der, der danach kam, wo man gedacht hat, oh, jetzt spielt es so geil, jetzt spielt es wieder in Wäldern, also jetzt stimmt die Location wieder und es kommt jetzt wirklich so, spielt so in so Örtchen, so in Amerika, in Ohio wahrscheinlich irgendwo. So ein bisschen diese Slasher-Geschichte. Dieses Urbane, jetzt kommt jetzt dazu. Halloween und Friday the 13th. Und auch das hat leider nicht funktioniert. Naja, es reicht halt manchmal nicht, wenn man einfach nur das Setting nimmt. Du brauchst ja nicht nur das Setting und das, finde ich, macht Prey jetzt ja genau richtig. Nicht nur das Setting, also die Wälder und die Steppen, sondern auch die Zeit ist richtig. Es wird ja auch nicht nur die Geschichte des Predators und des Zusammentreffens erzählt, sondern auch die Geschichte dieser indigenen Volkes, indigenen Volkes, der amerikanischen Ureinwohner, da auch wieder eine Frau als Hauptrolle. Das hat natürlich auch wieder sehr viele alte weiße Männer aufgeregt, natürlich ganz klar, wenn man sich jetzt mal, vor allen Dingen mal, wenn wir mal über die Rezeption jetzt reden von Prey, weil er wird ja relativ schlecht besprochen im Internet. Ja, merkwürdig von Rezensenten. Wir nennen jetzt keine Namen. Aber komischerweise, das Publikum liebt den heiß und innig. Ja. Das siehst du auch in den Kommentaren. Ist es denn eine Mode? Ist es denn eine Mode, sowas von vornherein scheiße zu finden, nur weil es so PC ist oder so im... Nein, ich glaube, bei dieser Kritik ging es gar nicht darum. Ich glaube, es ging vielen Leuten auch einfach darum, dass der halt nicht so teuer aussah. Die Tiere waren alle komplett CGI. Ja. Und ich finde, es ist wirklich so ein Low-Budget-Predator-Film, glaube ich. Und behaupte ich jetzt mal einfach. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, das hat dem Film nicht geschadet. Also es hat mich nicht aus der Handlung rausgeholt oder so. Ich fand den interessant. Ich fand das Setting interessant. Das war wirklich mal was erfrischend anderes. Und ja, die Frage ist jetzt, meldet man das jetzt, wo sie wirklich so einen Erfolg haben. Ich hätte den tatsächlich gerne im Kino gesehen. Der Trailer läuft tatsächlich im Kino. Und da denke ich so, Mensch, ich hätte den wirklich gerne mal auf der Leinwand gesehen. Ich glaube, in manchen Städten lief er tatsächlich auch. Ich glaube. Weil wir haben eine Dame bei Patreon, die uns unterstützt, die hat den tatsächlich im Kino gesehen. Okay. Und ja, und das finde ich, ja, ich fand den, ich fand den, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich habe da nichts zu meckern gehabt. Auch mein Sohn, Henry, der ja ein großer Predator-Fan auch ist, fand den auch klasse. Also alle Leute, die ich gesprochen habe, fanden den alle super. Und dann gibt es halt dann diese Stimmen, die sagen, oh, das ist unwürdig und so. Was ist denn würdig? Was ist denn ein würdiger Predator-Film, bitteschön? Weißt du, also, da, da, das ist doch, das ist doch auch so ein Film, der mich doch in erster Linie unterhalten soll, oder nicht? Das ist ein solcher Irrischer, der sich unsichtbar machen kann. Ganz genau. Und vor allen Dingen dieses Doppeldeutige, das fand ich ja auch klasse, weil im Grunde haben die Leute, diese, diese amerikanischen Ureinwohner, die haben es ja mit zwei Aliens zu tun gehabt. Nämlich einmal mit dem Alien aus dem Himmel und dann mit den Alien aus Europa. Und es geht ja vor allen Dingen jetzt bei Prey, und deswegen passt dieser Titel ja auch so gut auf, es geht um die Jagd. Ja. Ja, ganz genau. Und das fand ich halt, das war halt auch so reizvoll, dass das dann, also nicht nur, dass es nicht nur diese beiden Fronten gab, wir gegen das Alien aus dem Himmel, sondern dann mischten die Europäer dann da auch noch plötzlich dazwischen. Ja. Waren das Franzosen oder war das Holländer? Ich glaube, Franzosen waren das, glaube ich. Ja, ja, genau. Ich wünsche mir, dass das jetzt mal so, okay, das hat jetzt gut funktioniert, aber versuch das Ding jetzt nicht zu melken, bis es wirklich kaputt ist. Ja. Vielleicht fällt in zehn Jahren oder in fünf Jahren jemanden eine tolle Sache ein, Predator im Supermarkt kann. Es gab ja schon so viel. Ja, ja. In der Jetzt-Zeit wie mit L.A. Konnte ich total nachvollziehen. Das war, also das passte alles. Und dann aber jetzt wieder so ein bisschen back to the roots, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mal das... Ja, da geht es ja auch ein bisschen um Wurzeln, die geprüft werden. Das war schön, schön eingewertet. Für mich hat der total funktioniert und die nicht so ganz so Top-Spezialeffekte haben mich überhaupt nicht gestört. Überhaupt nicht. Wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesehen von House of Dragons oder von Haut... Interessiert dich das nur aus? Ja, darauf will ich jetzt hinaus. Und auf von, wie heißt die, die Herr der Ringe-Serie mit den Herr... Ach, wie heißt die? Ja, ja. Weißt du, auf... Ja, ja, auf Amazonien. Genau, richtig. Ja. Ist die auch schon raus? Nein. Die kommt bald. Okay. Ja, ja. Da sind wir wieder beim Thema Fantasy. Und dann kommen wir gleich zu einer anderen Serie. Nämlich zu The Sandman, die ja im weitesten Sinne auch Fantasy ist. Ja. Comic-Vorlage von Neil Gaiman. Ich habe die Comics gelesen. Vielen Dank an meinen Freund Markus, der mir sie alle nochmal gelesen hat vor zwei Jahren. Denn ich habe das Hörspiel gehört, dass man, ich glaube es war ein BBC-Hörspiel oder von Audible, ich weiß nicht genau, sehr hochkarätig besetzt. Die englische Version mit James McAvoy und Michael Sheen und allen möglichen Leuten. Es gibt eine deutsche Version, wo The Sandman, glaube ich, sogar wirklich von David Nathan auch gesprochen wird. Die Hörspiel-Version und jetzt natürlich lang erwartet die Verfilmung auf Netflix, bei der Neil Gaiman ja auch die Finger im Spiel hatte. Ähnlich, glaube ich, auch wie bei American Gods, die ja ein bisschen abgekackt ist, die Serie. Die American Gods. Ich habe sie angefangen, fand sie auch am Anfang ganz gut. Aber dann wurde mir das mit dieser ganzen Mystik, obwohl ich ja per se eigentlich ein Fan davon bin, aber das wurde mir dann alles so ein bisschen zu viel. Und hier bei Sandman hatte ich auch, also ich kenne die Comics nicht. Ich bin da wirklich mit Clean Slate rangegangen. Kannst du Clean Slate mal, da bin selbst ich als Anglist jetzt ein bisschen überfragt. Ja, mit so einem reinen, also ohne irgendwelche Erwartungen. Ohne Vorkenntnisse. Vorkenntnisse, also wirklich, ja, bin ich so rangegangen. Fand das alles sehr behäbig und ich hatte dann schon befürchtet, oh Gott, das geht genau in so eine Richtung. Bis du mich dann darauf aufmerksam gemacht hast, dass bei beiden American Gods und Sandman, ja, Neil Gaiman dahinter steckt, da habe ich so gedacht, ja gut, macht der, ist jetzt wirklich eine Frage an dich, macht der eigentlich noch was anderes? Außer diese elaborierten mystischen Geschichten erzählen? Macht der auch einen Krimi? Nee, das nicht, aber die Mystik und so, das ist immer Thema bei Gaiman. Okay, ich finde den Typen ja per se interessant. Neil Gaiman, es hat auch ein ganz tolles Buch über das Schreiben geschrieben, also mit mehreren Essays über das Schreiben, sollte jeder Kreative und jede Kreative auch mal gelesen haben. Ich glaube, Notizen aus der letzten Reihe heißt das. Coraline ist von ihm, dann ist noch von ihm. Von Tim Burton, Stop Motion, ne? Nein, ist nicht Tim Burton. Ah ja, aber trotzdem Stop Motion. Stop Motion, ja, ja. Und Stardust ist auch von ihm. Also nicht der David Bowie Biopic, über den wir nicht reden müssen, der Kacke war, sondern dieser Film mit Claire Danes und mit Robert Dewey, dieser Fantasy-Film 2007 war das, glaube ich. Also mir hat dann Sandman doch gut gefallen und wieder war es mein Sohn, der mir gesagt hat, bleib dran, da kommen ein paar richtig, richtig tolle Folgen und ich bin dann auch dran geblieben und ja, das war dann auch so. Also ich bin wirklich entlohnt worden und da gab es wirklich ganz fantastische Folgen, die ich auch sehr philosophisch fand und sehr, ja, toll einfach. Also das war, das hat mir dann schon sehr gut gefallen. Also Sandman ist eigentlich doch, kann ich einen Daumen nach oben geben, hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen Fantasy für Fortgeschrittene auch. Ja, das musst du jetzt beurteilen, weil du die Comics ja auch kennst. Also alle meine Freunde, die auch Sandman sehr gut kennen und natürlich auch sehr, sehr erwartungsvoll jetzt waren, die halt hohe Ansprüche hatten an das Ding, sind eigentlich alle, alle sehr, sehr, sehr happy damit. Okay. Es war am Anfang ein bisschen schwierig mit dem Bildformat, das hat sich ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch geklärt, weil es ja alles so ein bisschen gestaucht aussah, wenn man sich das angeguckt hat. Das war, ist aber wirklich ein Stilmittel. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du siehst eigentlich, ja, sowas wie eine Abfilmung von einem Film. Es ist alles so ein bisschen in die Länge und das ist aber alles, alles absichtlich. Ja, 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 ja. Da gibt es eine Folge, das ist, im Grunde ist das, hast du das komplett geguckt? Nee, ich habe die Bonusfolge noch nicht gesehen. Ah, okay. Die haben einfach nochmal eine Bonusfolge rausgehauen. Aber wenn ich jetzt zu dir sage, dass das eine Folge ist, die sind eigentlich zwei Folgen in einer Folge, da weißt du mal, wofür ich rede. Ja, ja, ja. Und die, das ist meine absolute Lieblingsfolge tatsächlich, weil du guckst hier und hast wirklich das Gefühl, Moment mal, habe ich hier gerade zwei Folgen geguckt? Waren das jetzt zwei Episoden? Weil das kann ja passieren beim Streaming, dass das einfach durchläuft und du kriegst das gar nicht so mit. Aber es war tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Handlungsstränge in einer Folge und so. Und was ich interessant fand, war auch so, weil auch bei Sandman geht es ja am Anfang um drei McGuffins im Grunde. Dass er, die Hauptfigur sich, der Sandman, Morpheus, der Herr der Träume, dass der sich drei Items sozusagen wieder zurückholen muss. Aber das ist ja eigentlich relativ schnell abgefallen. Drei Teile. Drei Teile. Hör mal, pass auf, ich suche drei Teile. Okay, machen wir eine Serie. Aber hier den Dant, den Helm und... Und das noch. Ja, und dann noch was anderes. Nee, aber das war ja schnell abgefrühstückt irgendwie, relativ. Also ich habe gedacht darüber, das wäre jetzt die Horizontale von der Serie, dass sich das jetzt wirklich so über die ganze Serie hinstreckt. Aber das war es gar nicht. Das war eigentlich relativ zügig. Es gibt dann noch eine Folge, die ist so ein bisschen, könnte man sagen, eine Bottleneck-Folge. Eine Bottleneck-Folge. Bottleneck-Folge. Bottleneck-Folge? Ja. Haben wir das nicht schon geklärt? Na, es heißt Bottleneck-Folge. Okay. Und die ist ja auch ziemlich heftig. Ja. Also die, vor allen Dingen, das ist auch so eine Ausreißer-Folge. Weil die ist ja so ganz anders. Ja. Also da, wie gesagt, weil die eigentlich sich praktisch auf eine Location konzentriert. Und das aus gutem Grund. Ja. Also, ja, Sandman, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von dieser ganzen Mythologie und hier der Tod und du bist jetzt meine Schwester Desire oder was auch immer. Aber es hat mich letztendlich doch die Schauspieler und die ganze Inszenierung hat mir dann doch so gut gefallen und hat mich überzeugt, dass ich dann dran geblieben bin. Wie sind Comics schwieriger zu verfilmen als Romanvorlagen? Weil Comics ja quasi schon das Visuelle vorgeben. Ich spiele jetzt natürlich vor allen Dingen auf Watchmen an. Zack Snyder, was ja nichts anderes war als eine Abfilmung der Storyboards. Watchmen ist ja quasi schon ein Storyboard an sich, das Buch. Naja, ja. Also, ich glaube schon, dass es, also wenn das solche ikonischen Vorlagen sind, dann glaube ich schon, dass es ein Problem ist oder dass der Filmemacher, der das dann inszeniert und die ganzen Leute, die mit ihren verschiedenen Gewerken dahinter stecken, dass die dann schon bemüht sind, diesen Look und dieses Gefühl wirklich rüberzubringen. Na, 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 you got the look. Kommen wir nun, ich wollte das jetzt einfach mal so zu Ende bringen, aber ich dachte so, wie, dann sagtest du the look und dann rein assoziativ. Weißt du, wie mir das jetzt gerade so vorkam? Das kam mir jetzt so vor wie, wie damals so in diesen Warner Brothers Cartoons, so weißt du, wenn einer einfach so eine, so eine Wand aufgemalt hat und dann war da, dann war da tatsächlich auch eine Steinwand, wo der Roadrunner, beziehungsweise Karl der Coyote reingerannt ist. Übrigens, wolltest du nicht auch immer, dass Karl der Coyote auch mal gewinnt? Immer, immer. Ich wollte auch immer, dass Tom gewinnt und nicht Jerry immer. Ja, ich möchte einmal mal erleben, dass er diesen verdammten fucking Vogel, Mann, will. Das ist ein blöden Scheißvogel. Echt? Ich hasse ihn. Ja, ich auch. Willy Coyote. Aber das ist ja dann immer in diesen Filmen, die es dann gibt, sei es jetzt Tom und Jerry und ich bin mir sicher, es gibt auch irgendwo einen, hast du den Rocky und Bullwinkel Film mal gesehen? Nee. Wir haben mal drüber gesprochen. Mit Robert De Niro. Mit Robert De Niro und Jason Alexander. Nee, nee, nee. Oh mein Gott. Ich habe Rocky und Bullwinkel damals in Amerika gesehen zum ersten Mal, so im Frühstücksfernsehen. Weißt du, dass ich die Platten davon habe? Ich habe da Hörspielplatten drüber. Wow. Diese ganzen Trickfilm-Zeit mit Adelheid. Zwei Stück. Mr. McGoo ist drauf. Da waren die dabei, ja. Rocky und Bullwinkel waren dabei. Der Mountie war dabei. Mr. McGoo war natürlich auch dabei, von dem es auch eher eine Verfilmung gibt. Mit Leslie Nielsen. Okay. Ja. Bevor wir zu dem Film kommen, auf den wir uns lange, lange gefreut haben, den wir beide auch gesehen haben und den wir uns zum Schluss aufgespart haben, müssen wir über das Finale von Better Call Saul reden. Ja. So. Oh mein Gott. Ja. Oder? Ja. Gibt es eine bessere Fernsehserie zu unserer Lebzeit als Better Call Saul? Vielleicht, ja. Mir fällt nur gerade keine ein. Ja. Ist Better Call Saul besser als Breaking Bad? Ich weiß nicht, ob es besser ist. Sollte man diese Frage überhaupt stellen? Nein. Weil beides hängt ja zusammen. Ohne Breaking Bad kein Better Call Saul. Ja, ja, ja. Ganz genau. Aber wir haben mit Better Call Saul, sorry, Gerry, dass ich meine ganzen Fragen jetzt gerade selber beantworte, aber ich bin so emotional gerade. Weil, wann gab es das schon mal, dass wir eine Serie bekommen haben, die gleichzeitig Prequel und Sequel war? Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich ein Meisterstück. Das ist wirklich ein, und vor allen Dingen ist es so intelligent gemacht, weil wir haben ja, das habe ich dir ja gesagt oder, oder ich habe es dem Henry erzählt. Die allererste Szene von Better Call Saul ist ja in schwarz-weiß und wir sehen, was aus Saul Goodman, beziehungsweise wir müssen uns am Anfang noch so ein bisschen, kleine Häppchen kriegen wir hingestreut, kleine Häppchen an Informationen. Wir müssen uns das selber so ein bisschen zusammenbasteln. Ja, wir sehen, was aus ihm geworden ist. Er lebt noch und es geht ihm offensichtlich ganz gut, dass er schon mal durchatmet. So, und dann geht es natürlich in der Serie, ja, aber, aber du kriegst, ja, aber du bist ja schon mal froh, dass er überhaupt diesen ganzen, dass er alles überlebt hat, ja, während andere Leute da ja nicht so gut waren. Ja, vergiss nicht, das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, da hat er seine Koffer gepackt und hat sich von Waterwhite verabschiedet und dann war er weg. Gut gehen. Tschüss, na, bis die Tage. Alles gut, der auch. Ruf nicht an, ich auch nicht. Lass dich mal wieder blicken, aber nicht bei mir. Ja. Und allein die Tatsache, dass die Serie so anfängt mit der ersten Szene und wir die ganze Zeit denken, was ist denn da eigentlich? Ich habe wirklich bei der letzten Folge nochmal zurückgespult, also Netflix. Und dann guckst du, stimmt, es fängt genauso an. Und du fragst dich die ganze Zeit, was ist denn da los? Wieso habe ich denn dieses Schwarz-Weiß-Ding, wieso macht der denn da diese Zimtkringel da, diese Zimtschnecken, was ist das denn, was soll das denn? Ja, und dann wird das am Ende, da gab es einen Masterplan, da wusste jemand, wie fangen wir an? Und das Ganze ist ja als eine Comedy-Serie erdacht worden. Ja, ja, genau. Die waren sich damals noch gar nicht so sicher, wie sie an diesen Stoff so rangehen. Also wie sie, was sie jetzt daraus machen, machen wir daraus jetzt. Weil sie hätten ja auch einfach sagen können, wir machen da jetzt einfach eine simple Anwaltsserie daraus. So eine Sitcom, so ähnlich wie bei Wonder Vision. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Aber sie haben sich ja bewusst dagegen entschlossen und haben das ja wirklich so mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen Inspiration wie Breaking Bad. Der gleichen Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit. Die Figuren sind alle ernst genommen. Selbst dieser shady Anwalt, wenn du dir die erste Folge nochmal anguckst von Breaking Bad, wo er auftaucht, da ist Bob Openkirk auch noch ein bisschen mobbeliger im Gesicht. Aber er ist wirklich als so eine Art Comic-Relief-Figur angelegt. Ja, absolut. Und wird aber während Breaking Bad auch immer ernster und auch immer gefährlicher. Gefährlicher und es werden vor allen Dingen, was ich so meisterhaft fand, ohne jetzt viel zu verraten, es taucht ja eine prominente Figur auf, nämlich die Kim Wexler. Ja. Die ja. Im Finale. Die ja, nein, überhaupt, ich rede jetzt erstmal nur von der ganzen Serie an sich. Seine Freunde. Und welchen Platz, welchen Platz das auch oder welchen Platz die Ereignisse aus Breaking Bad da einnehmen und wie das alles miteinander verwoben ist und wie das gerade in den letzten Folgen meisterlich verwoben wurde. so, dass praktisch Kim Wexler letztendlich auch in diesem Breaking Bad Universum jetzt verortet ist, wenn du so willst. Und ja, also ich kann nur sagen, Breaking Bad, Vince Gilligan, Peter Gold und sein ganzes Team an Autoren dahinter, das ist wirklich Masterclass. Das ist wirklich, was Inszenierung angeht und die Kameraarbeit. Jedes einzelne Bild. Jedes fucking Bild kannst du dir an die Wand hängen. Jedes Bild kannst du dir so ausdrucken, an die Wand hängen. Wirklich. Das ist wirklich auch gerade das Schlussbild, ohne jetzt viel zu spoilern. Es ist so. Also es ist einfach unglaublich. Du bleibst dabei. Du hast, du hast Figuren, die eigentlich als antagonistisch angelegt sind, aber trotzdem bist du gefühlsmäßig bei denen. Du kannst die ganze Motivation, kannst du komplett verstehen. Und Erman Trout ist ja einer meiner Lieblingsfiguren. Jonathan Banks. Jonathan Banks. Ja, also ich fand den wirklich großartig. Und gerade, weil ja die letzte Folge von so einer Serie ist ja immer so eine unglaublich wackelige Sache, ja, weil du kannst da viel verkacken. Aber ich finde, die haben es so meisterlich geschafft, die sämtliche Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen und dem Ganzen wirklich ein so erhabenes Ende und so ein tolles Ende zu spendieren, dass es mir die Tränen in die Augen tragt. Ja, wirklich. Wirklich. Und sie haben eben nicht diesen Fehler begangen, okay, wir müssen es den Leuten recht machen und den Leuten recht machen. Sie haben sich für etwas entschieden und sie haben es gemacht. Ganz genau. Absolut. So, und das ist der Schluss, mit dem wir jetzt leben müssen. Ja, mit dem ich aber auch leben kann. Mit dem wir leben können auch auf jeden Fall. Und das Tolle ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben, ich habe so das Gefühl gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben noch mal so eine gute Serie sehen werde. Naja, Vince Gilligan arbeitet ja gerade an einem neuen Projekt. Okay. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also es wird nicht wieder sowas wie Breaking Bad, sondern eher sowas in Richtung von X-Files. Eine Serie, für die er ja damals geschrieben hat. Ja. Aber es wird jetzt nichts so Supernatural, sondern, also es wird kein Science-Fiction, sondern, ja, man soll sich mal überraschen lassen. Er hält sich da noch sehr vage. Also es geht um paranormale Sachen, aber natürlich mit so einem besonderen Twist oder, weiß ich nicht, also es geht nicht um Science-Fiction, es geht nicht um kleine grüne Männchen und Ufos, sondern um was ganz Neues. Ich bin sehr gespannt, weil Vince Gilligan, aber auch Peter Gold, der ja damals einfach Autor war bei Breaking Bad, der ja dann die Ehre hatte, beziehungsweise es war ja seine Idee überhaupt, diesen Spin-Off zu machen, aus dieser Figur einen Spin-Off zu machen. Übrigens, wo wir gerade bei Spin-Off sind, weißt du, von welchem Film jetzt ein Spin-Off gemacht wird? Nein. Ferris Bueller. Ja, habe ich mitgekriegt. Und wer spielt bei dem Spin-Off die Hauptrollen? Sag es mir. Die beiden Automechaniker, die, beziehungsweise, nee, die, wenn im Endeffekt noch Parkvolleys oder so, diese Autos, es gibt in dem Film, abholen und einparken. Genau, genau, es gibt doch in dem Film, wo die den Sportwagen praktisch... In den 60er Jahren, Ferrari. Den Ferrari, irgendwelchen so Typen geben, die den einparken sollen und die gehen doch dann, da gibt es doch noch die geniale Star-Wars-Szene, wo die Zeitlupe über diese Rampe da und... Muss ich mir nochmal angucken. Genau, und um diese beiden Typen, die dann praktisch auch einen super Tag haben, um die geht es. Das ist quasi die Parallelgeschichte. Die Parallel, ja genau, was wir nie gesehen haben. Das ist eine gute Idee. Und wer macht das? Ich weiß nicht jetzt. Nee, ich weiß es nicht, aber ich hatte... Ah, doch, doch, die Macher von Cobra Kai. Okay. Die machen das. Und die können das. Das kann was werden. Das kann was werden. Das kann ich mir sogar vorstellen. Die können das. Und weißt du, wer Matthew Broderick, also wir reden hier von Ferris macht blau, wer Matthew Broderick, also John Hughes, wer Matthew Broderick synchronisiert hat damals, wer die Stimme... Santiago Ciesma, das weiß sogar ich. Santiago Ciesma, genau. Das weiß sogar ich. Ich bin unser lieber Freund Santiago Ciesma, Spongebob himself. Und es passt ja komischerweise. Und es passt super. Ja. Das ist absolut großartig. Ja. Du hast gerade erwähnt, dass Vince Gilligan an einer Serie arbeitet, wo es so ein bisschen um Supernatural-Sachen geht. Das ist natürlich der großartigste Übergang zu unserem finalen Film. Ja, absolut. Heute jetzt bei Folge 99 hier bei Sträterbender-Streeberg. Wir reden über Nope. Nope. So, Nope ist ja erstmal eins meiner Lieblingswörter. Ja. Nope ist ja No oder Nein auf salopp gesagt. Ja. Ne? Wusstest du das? Nope. Nope. Ja, genau. Du hast mir geschrieben, gehen wir heute in Nope? Und ich so, Nope. Ja, genau. Na, was jetzt? Du hattest mir dann gestern geschrieben, hat das eine Aftercredit-Szene? Nope. Ja. Hat Nope eine Aftercredit-Szene? Nope. Wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die da auf so einen Scheiß gekommen sind. Aber natürlich Jordan Peele hat wieder zugeschlagen nach Get Out und nach Us, also Wir. Auf Deutsch hieß der ja Wir. Was natürlich Us hat, natürlich US, natürlich ein bisschen eine andere Gravitas im Originaltitel. Den habe ich nie gesehen. Oh, der ist sehr gut. Oh, sehr verstörend auch. Auch, ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher der drei Filme mir jetzt am besten gefällt. Ich glaube, Get Out ist immer noch am nächsten bei mir, weil es auch der Debütfilm war von Jordan Peele. Müssen wir, glaube ich, kurz mal sagen, wer Jordan Peele überhaupt ist. Das ist ein Teil, eine Hälfte von dem Komiker-Duo Peele und... Keegan? Peele in Kiel? Keegan, glaube ich. Keegan. Keegan und Peele. Nee, Peele und Keegan. Ja. Keegan und... Ja, auf jeden Fall die beiden. Die zwei beiden. Racker. Und die ja eine eigene Sketch-Show hatten, die auch sehr, sehr gut sind. Also die findet man ja immer noch bei YouTube. Und da sind super Sachen dabei. Also ganz, ganz toll. Und... Aber die beiden haben... Es gibt einen Key-und-Peele-Film. Wie heißt der noch? Um dieses Kätzchen. Nee, sagt mir nichts. Erwischst du mich jetzt total... Weil ich überlege gerade, ob er da nicht auch schon Regie geführt hat. Das weiß ich jetzt nicht. Nein, nein, also Get Out ist definitiv das Regie-Debüt von Jordan Peele. Und falls ihr Get Out noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Das ist... Den Film muss man... Ich habe ihn gesehen und habe ihn direkt danach nochmal gesehen. Mit Audio-Kommentar. Get Out. Get Out habe ich gesehen, war Schluss. Ich so, komm, nochmal mit Audio-Kommentar, weil ich es will nicht jetzt sehen. Und es ist eben nicht so ein Filmemacher, obwohl er natürlich diesen Gimmick hat. Das ist eben halt nicht der Twist, so wie bei M. Night Shalaman Al-Halan, wo man dann sagt so, okay, ich habe einmal Sixth Sense gesehen, jetzt habe ich es verstanden. Oder hast du Filme von M. Night Shalaman zweimal gesehen? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Ja? Ja. Ja. Ich frage nur. Ich habe Science total oft gesehen. Ich habe The Village, ich bin ein großer Fan von The Village tatsächlich, wenn auch, weiß ich nicht, also Henry, mein Sohn, der mag den auch total. Und ich habe viele Freunde, die den mögen. Unbreakable habe ich zweimal gesehen. Unbreakable habe ich mehrfach gesehen. Also ich habe, wo ich tatsächlich total enttäuscht war, das war Old. Den habe ich nicht gesehen. Den fand ich, also das war, nee, also das war mir, da bin ich irgendwie ausgestiegen aus dem Thema und das hat mich also überhaupt nicht geflasht. Aber, aber Nope, ich finde ja, in Nope vereinigt sich ja einiges so. Ja. Natürlich das Spielbergkino der 80er, aber auch, ich sehe da auch. Naja, nicht nur der 80er, das ist vor allem der 90er. Der 90er, ja, ja, ja. Ich meine, Jaws und Close Encounters of the Third Kind schwingt da so hin. Ja, aber wir müssen jetzt so ein bisschen spoilermäßig aufpassen. Wir wollen es den Leuten ja nicht... Nein, aber dass der Film im Spirit und so ein bisschen auch im Look und der Technik von Spielberg ist, ist eindeutig. Das ist eindeutig, ganz genau. Aber es ist halt ein John-Peele-Film und von daher macht er da ganz neue Türen auf und versucht uns da ganz was Neues zu erzählen. Und das gelingt ihm auch. Ich habe den Film mittlerweile zweimal gesehen, tatsächlich, weil ich, ich hatte ihn in der ersten, als erstes hatte ich ihn gesehen in der OV, ohne irgendwelche Untertitel. Und ich musste den dann nochmal sehen, weil ich verstehe zwar sehr, sehr gut Englisch, aber manchmal, wenn das so in Slang geht, habe ich meine Schwierigkeiten. Und dann habe ich Schiss, beziehungsweise ich weiß, dass ich dann manchmal Kleinigkeiten, dass mir die entgehen und die aber durchaus wichtig sein können. Und so war es dann auch. Ich habe ihn jetzt das zweite nochmal in der OV gesehen, aber mit deutschen Untertiteln. Und das war genau richtig. Also das war, das war super. Und da sind mir tatsächlich viele Sachen aufgefallen. Und das ist tatsächlich ein Film. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, den man tatsächlich vielleicht erst in seiner Gänze begreift, wenn man ihn das zweite Mal gesehen hat. Weil man nämlich dann sehen kann, wie das Ganze schon aufgebaut ist und beziehungsweise wie das von Anfang an praktisch diese, diese Sachen, die sich in dem Film abspielen, wie die am Anfang schon geplantet werden. Also wo da schon so praktisch die, die ersten, ja, wie sagt man? Geplantet. Geplantet. Die werden gepflanzt. Die werden gesetzt. Gesetzt. Das sind kleine Setzlinge, die dann anfangen zu erblühen. Ja, ja. Auch beim zweiten Mal. Ich fand diese Spielberg-Vergleiche, er heißt übrigens Spielberg, nur nebenbei, sehr, sehr passend natürlich. Piel hat ja kein Hild draus gemacht. Ich fand aber auch, es hat ein bisschen was von Cloverfield. Und es hat ein bisschen was, was jetzt diese Verschachtelung der Handlung angeht, auch ein bisschen was von den Usual Suspects, oder? Weil du gerade sagst, ja, ich habe jetzt auch richtig Bock, nochmal den Film das zweite Mal zu sehen, denn es gibt etwas in dem Film, auch das ist ja mittlerweile bekannt im Internet und wird gerade analysiert ohne Ende. Was eigentlich ja so richtig nicht was zu tun hat mit der eigentlichen Handlung. Naja, das ist dann halt der Jordan Piel's Art und Weise, wie der uns gewisse Themen, die so im Subtext mitschwimmen. Und ich finde, er ist da schon vom Niveau her sehr hoch. Also das sind manchmal so Sachen, wie du schon sagst, das sind so Sachen, die haben doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun und doch haben sie es. Und das fällt dir erst beim zweiten Mal auf. Und das, wie gesagt, also ich war beim ersten Gucken, war ich so ein bisschen, ja, okay. Du warst ein bisschen, warst nicht ganz so begeistert, als wir telefoniert haben. Vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich, das mag ein persönliches Ding sein bei mir, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Film nicht ganz begriffen habe und ich nach Hause gehen muss, YouTube anmachen muss und zu gucken, The Ending of Nope Explained. Und es gibt tonnenweise Videos davon. Das stimmt, ja. Guckt das übrigens bitte nicht, bevor ihr den Film seht. Also praktisch, nee, um Gottes Willen. Ganz, ganz wichtig. Mach das nicht. Es geht wirklich, es geht wirklich darum, dass, dass, dann komme ich mir doof vor. Wenn ich mir, wenn ich aus dem Kino komme und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin doof, weil ich den Film jetzt nicht richtig begriffen habe, dann fühle ich mich, also dann ist das kein positives Kinoerlebnis für mich gewesen. Ich finde das immer total toll. Ich weiß noch, dass ich damals 96 in Berlin war, in einem kleinen Kino in Kreuzberg und wir haben mit Freunden zusammen The Usual Suspects gesehen. Brian Singer. Und wir haben nachher zusammengesessen und haben uns den Film nochmal erklärt und dann sind wir alle draufgekommen. So, ah, das ist aber was anderes, wenn du mit Freunden zusammensitzt und dich austauschst. Das wollte ich gerade sagen und so ein Film ist das aber. Ja, genau. So ein Film ist das aber. Weil, was total Spaß macht, ist, den dann tatsächlich hinterher auseinanderzunehmen mit Leuten, die den, weil der Jordan Peele, der gibt da so viele Interpretationsmöglichkeiten. Verstehst du? Und du wirst immer jemanden finden, der irgendwas anderes da drin sieht, als du selber. Und das finde ich interessant. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich finde, es funktioniert nicht immer bei ihm. Bei Get Out hat es gut funktioniert. Bei Us kann ich mir kein Urteil erlauben, habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber, dass seine Twilight Zone Serie hat mich auch nicht so abgeholt, wie ich es mir erhofft hatte. Twilight Zone, sag doch mal. Ich mache jetzt mal den Goldblumen. Garry, Twilight Zone. Twilight Zone. Hat mich auch nicht so, hast du die eigentlich gesehen? Ich bin ja neulich auch mal gefragt worden, angeschrieben worden, warum ich, es ist ja ein Horrorfilm. Nope, kann man sagen, ist ein Horrorfilm? Was ist es? Es ist kein Sensory. Es ist aber auch kein Horrorfilm. Ich fand schon, er hat Horror-Elemente. Also genau, das ist es ja. Auch wie bei Spielberg und auch wie bei Shyamalan, Spielberg ist von allem was dabei. Verstehst du? Weil Jaws ist natürlich auch damals als Horrorfilm vermarktet worden. Für mich ist Jaws heute ein Abenteuerfilm. Ja. Ja, und es geht da auch um noch ganz andere Sachen als nur um den Hai. Der Hai ist praktisch der Rahmen, der das Ganze, der diese Figuren praktisch, ja, warum die überhaupt zusammentreffen. Erfrisst die auf alle. Warum die überhaupt zusammenkommen, warum, ja. Der Grund des Films ist der Hai. Der Grund des Films. Der MacGuffin, wenn du so willst. Ja, ist es. Er ist ein MacGuffin. Es ist der Mechanismus. Der Hai in Jaws ist der MacGuffin? Auch. Der erfüllt. Ich glaube, da müssen wir nochmal über den Begriff MacGuffin nochmal richtig nochmal reden. Wieso? MacGuffin ist immer das, was die Handlung nach vorne treibt. Und das ist ja, die sind ja auf der Jagd nach diesem Hai. Oh, da müssen wir nochmal drüber reden, gerne. Ja, das kann sein, dass es da, dass es da irgendwelche, der ist natürlich auch ein Antagonist, ist ja klar. Er ist eine antagonistische. Er ist der Gegner, er ist der Endgegner. Der Endgegner. Würde man heute sagen. Aber eigentlich sind ja die Figuren, sind sie ja ihre eigenen Gegner. Verstehst du so? Ja, aber das hast du bei Hitchcock doch auch. Das ist doch, ein MacGuffin ist ein Koffer, ist ein Ding. Ist ein Ding, wie ein Hai. Ein Hai ist kein Ding, ein Hai ist ein Lebewesen mit einer Agenda, mit einer Motivation. Fressen. Fressen, so. Die sehr monothematisch ist. Was ist der MacGuffin bei Pulp Fiction? Der Koffer. Der Koffer, der Koffer, der Koffer, der Koffer. Ja, ich weiß. Und bei Mission Impostere, ja, J.J. Abrams hat aus MacGuffin praktisch eine ganze Serie. Wie hieß die? Elias oder Alias? Mit Jennifer Garner. Ja. Elias? Elias. Elias, ganz genau. Da ist die ganze Serie MacGuffin. Naja, aber jetzt egal. Wo waren wir? Wir waren bei Nope. So. Und ich finde manchmal, manchmal gelingt das Jordan Peele nicht so ganz. Also jedenfalls nicht nach meinem Geschmack. Aber bei Nope ist es ihm gelungen. Also er hat mir tatsächlich, das ist jetzt so ein Film, der mir beim zweiten Mal gucken tatsächlich noch besser gefallen hat. Ah, das ist toll. Ja, das ist toll. Und das ist ja auch ein Film, den es so in dem Sinne noch nicht gab. Es ist kein Sequel, es ist kein Superheldenfilm, es ist kein Dings und so weiter. Und das muss man einfach mal auch mal einfach wertschätzen. Und er ist originell. Er ist originell. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich bin neulich von jemand von euch gefragt worden, per Mail, warum ich denn, wenn ich so ein Schisser bin, was Horrorfilme angeht, Haie und Zombies und so weiter, warum ich denn mit John Sinclair so viel mache. Weil das ist ja auch Horror. Aber es gibt einen großen Unterschied. John Sinclair ist Grusel. Das ist nicht irgendwie Splatter und Gemetzel und irgendwie so, äh. Ich mag das schon gerne auch, wenn ich gegruselt werde. Ich habe nur ein bisschen ein Problem mit grafischer Gewalt. Und dieser psychologische Horror, der da drin ist in Nope, der wird ja auch ganz gekonnt eingesetzt. Und wir alle kennen ja diese Momente, die Jumpscares, den Moment, wo man im Kino sitzt und auf einmal passiert was. Das gibt es ja im Hörspiel mittlerweile auch, dank Oliver Döring. Schönen Gruß nochmal. Aber John Peel spielt ja damit. Er spielt mit unseren Erwartungen. Er spielt mit unseren Sehgewohnheiten. Und er spielt auch mit unserem Wunsch nach Sensation. Und ich glaube, das ist ja dieser Subtext jetzt bei Nope. Wenn sowas passiert, wenn er jetzt so Sachen anreißt, die wir als Filmfans natürlich kennen und erwarten und erbricht sie dann, fühlst du dich dann verarscht oder fühlst du dich herausgefordert? Ich fühle mich herausgefordert. Aber wie gesagt, nochmal die Frage, weil du sagtest ja gerade, als du gesagt hast, es geht ja um diese Sensationslust. Und das ist ja das Thema, so ein bisschen bei Nope, ohne jetzt viel zu spoilern. Aber die Frage ist, wenn du das nicht sofort checkst, wenn du jetzt wirklich reingehst und denkst, du siehst jetzt, du willst dich einfach nur berieseln lassen. Weil er kommt ja erstmal so daher, wie ein Berieselungsfilm. Nee, kommt er nicht. Er fängt ganz, er fängt an, wo ich dachte, was passiert jetzt? Ja, aber vom Marketing her. Vom Marketing her, das meine ich. Das stimmt. Auch das ist ja schon eine Fehlleitung. Da geht es schon los. Da geht es ja schon los. Und ich glaube, da hat er auch wirklich von Anfang an, vom Marketing hat er da auch wirklich das Sagen. Und legt also da schon, auch der Trailer. Ja, da sind so viele Sachen im Trailer drin, die du, wenn du sie jetzt guckst, wo du bewusst fehlgeleitet wurdest. Ich finde das super interessant. Also Jordan Peele ist auf jeden Fall ein super, super interessanter Filmemacher. Ich freue mich auf seine nächsten Werke. Und ja, und ich werde mir Nope garantiert nochmal angucken. Auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich auch so ein Film, als ich damals, also was heißt damals, jetzt vor kurzem erst, 2001 Odyssee im Weltraum gesehen habe. Da hat mir das tatsächlich Spaß gemacht, mir dann nach YouTube zu gehen und The Ending of Twin Twin. Man geht nach YouTube. Man geht nach YouTube. Entschuldigung, wo geht es denn hier nach YouTube? Also normalerweise würde ich sagen, ich finde es kacke, dass ich eine Gebrauchsanweisung brauche, um einen Film zu kapieren. Aber es gibt einfach Filme, die sind so meisterlich gemacht und wo man einfach sagen muss, ja okay, komm. Abgesehen davon geht es ja auch immer nur um Interpretationsarten. Du interpretierst den Film ganz anders als ich, verstehst du. Und doch gibt es gemeinsame Gemeinsamkeiten und die herauszufinden, das macht dann Spaß. Und wie gesagt, das ist ein Film, wir sagen das immer so aus Flax. Der redet, der regt zur Diskussion an. Das ist definitiv. Das ist der Film. Das ist definitiv einer davon. Nope. Ja, nope. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt bitte keine weiteren Sachen auf, also auch das, was wir, wir haben es jetzt so spoilerfrei wie möglich versucht zu halten. Ja. Guckt euch keine Analysen an und auch die Trailer nicht mehr. Geht wirklich in diesen Film. Es ist ein Kinofilm, der Sound ist fantastisch, der Soundtrack ist groß. Die Musik ist tatsächlich super. Die Musik ist super. Die Nachtaufnahmen. Sind absolut genial. Habe ich so noch nicht gesehen im Kilo. Nee, ist sehr, sehr schön. Also so dunkle, dunkle Aufnahmen, die man aber, wo man aber was erkennen kann. Ja, ich glaube, er hat IMAX-Kameras benutzt. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Naja, es kommt eine IMAX-Kamera vor im Film, das können wir ja schon mal. Ja, aber mich würde wirklich interessieren, was Thorsten sagen würde. Ja. Ob Thorsten, ob Thorsten sich da drauf einlassen würde oder ob Thorsten sagen würde. Was war das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Was war das denn für eine Grütze? Nun, ich kann euch da was zu sagen. Ja. Hoffentlich ist er beim nächsten Mal fit genug. Ja, will ich ja wohl hoffen. Wollen wir mal hoffen. Das ist die 100. Folge. Ja, also bitte. Hallo. Da müssen wir gesund spritzen mit allem. So wie Colonel Tom Parker, Elvis immer. Ja, ganz richtig. Übrigens, immer noch, falls er noch bei euch im Kino läuft, Elvis. Hast du den gesehen eigentlich? Ja, ich habe ihn gesehen, aber als Stream mittlerweile. Als Stream? Ja. Und wie fandest du ihn? Ja, sehr gut. Großartig, oder? Es wird der Bass-Lurman-Elvis-Film. Ich finde den, ich finde den, ich finde den, ich finde den meisterlich gemacht. Und der Dings gibt alles, ne? Der, der, der. Austin Butler. Austin Butler gibt alles. Herr Butler, wir reden beim nächsten Mal über, in unserer 100. Episode von Schritte, wenn der Strebeck. Es ist bald soweit. Unfassbar. Unhandvoll. Wir machen das jetzt über acht Jahre. Danke an alle, die uns gucken. Danke an alle, die uns abonniert haben und die uns unterstützen über Patreon. Und Geduld haben mit uns. Und Geduld haben mit uns. Uns teilen, ja, das ist ja auch immer noch ganz wichtig, in den sozialen Netzwerken, die ja nicht wichtiger werden, sondern die sich ja auch dauernd irgendwie verändern. Sondern wir reden beim nächsten Mal auch über Cat, ne, nicht über Catwoman, über Batgirl und über The Flash und was da... Warner Brothers, was ist denn da los? Warner Brothers, was ist da los? Darüber werden wir reden, auch natürlich mit Thorsten, weil er ja auch als Batman-Fachmann prädestiniert ist dafür. Zu Joker, zur Joker-Fortsetzung gibt es ja auch Neuigkeiten, vielleicht wissen wir da ja schon mehr. Ja, ich finde es immer wichtig, dass man nicht immer nur spekuliert und mutmaßt, sondern ich hoffe, es war für euch auch mal interessant, einfach mal, weil wir jetzt auch wirklich über Sachen geredet haben, die wir gesehen haben tatsächlich auch. Ganz genau. Und damit, danke an euch. Nee, nicht, na, warum machst du das? In dem Sinne wünschen wir dem Thorsten, warum darf ich das eigentlich nicht sagen? Erstmal nicht in dem Sinne, sondern in diesem Sinne. So. Warum darf ich das nicht sagen? Weil das so Floskel ist. Ja, es ist so scheißegal. In diesem Sinne wünschen wir dem Thorsten eine gute Besserung, wer hat ganz schnell wieder gesund, lieber Thorsten. Und... Wir haben dich gesaved. Und, ja, ich bin, ich habe keine Ahnung, was wir zum Hundertsten machen. Wir lassen es erst einmal auf. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Vielleicht wird die Hundertste Episode von Jordan Peele gedreht werden. Das kann ja sein. Das kann alles sein. Ganz genau. Vielleicht machen wir die auch mit dem Handy. Vielleicht gehen wir auch einfach nur durch den Wald spazieren. Oh, meinst du so eine Blair Witch? Ja. Oh, Geschichte. Wir werden sehen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Hundertste Episode. Ja. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass es euch gibt und dass ihr uns seht. Peace! Und das Schlusswort ist natürlich nicht Peace, sondern auch da wieder nach 99 Folgen muss ich Gerrit Strebeck immer wieder dran erinnern. Aber nach der Hundertsten darf ich das mal nicht machen, ne? Nein, das ist dein Signature Move. Muss ich immer machen? Das wirst du den Rest deines Lebens machen. Das wird auch wahrscheinlich auf deinem Grabstein stehen. Hier nicht Gerrit Strebeck. Alles Gute, auch berufen. Okay. Alles Gute. Auch beruflich. Peace! Boah, ich schwitze. So! Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Stree, äh, mit Streiter, Bänder und Streeberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch, ja, das Video, ja, man nennt das Abspann-Video, ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspannung, kann man. Da, da unten, da, 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 genau. Auf deinem Gesicht, da. Auf meinem Gesicht, da, da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also, falls ihr uns nicht schon, sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen. Dann ist man immer, äh, voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, wollt euch eine Pommes.